Hallo Ola, jetzt wird es hier von der ZB Ströckland, nun waren wir die drei Tiender. Es ist ein sehr schöner Tag, es muss drei Grad kalt. Ich habe hier um die Tiendzahl geschnitten. Ich kann hier bloß von der Hand in die Fählchen vordern. Die werden auch essen. Es ist ein sehr schöner Tag. November der 13. oder der 12. oder so ist es. Das sind nun sehr schön. Von der ersten November der 13. das ist recht. Nun kann ich sagen, es ist hier bei Ströckland, Manitoba. Ja, jetzt ist es hier. Jetzt ist es hier. Jetzt ist es hier. Ströckland. Wow, es hat sich schon etwas blödes. Ein Mann da, ich denke. Ich habe hier, dass ich mich nicht an den Fählchen verhalten, sonst wäre ich nicht mehr so dass es hier verhalten wird. Ich mache dir das hier. Das ist ein Dill. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018